Gucken wir jetzt das Video, meine Freunde. Herzlich willkommen hier zu KuchenTV Uncut. Ja, gibt nicht viel zu sagen, ne? Just Nero, hübscher Typ, fünf heftigste Dings hier, alles klar. Als ich das Video aufgenommen habe, war ich ein kleines bisschen heiser und deswegen könnte sich die Audio stellenweise ein wenig seltsam anhören. Na? Eigentlich muss ich euch gar nicht sagen, dass ich jetzt live auf Twitch bin und auf Videos reagiere. Deswegen brauche ich euch auch nicht sagen, dass ihr jetzt bitte auf den ersten Link in der Beschreibung klicken werdet und in meinen Stream kommt. Just Nero, da, ja. Oder nach dem Video. Wäre noch besser. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe ziemlich oft drüber gesprochen. Dass ich eine sehr starke Community habe, die immer am Start ist und gut rein supportet. Liebe geht raus. Gestern kam ich aber auf den Trichter. Das haben wahrscheinlich auch noch ein paar andere YouTuber. Machst du doch einfach mal ein Video über die fünf stärksten YouTuber-Communities. Mal gucken, ob er sich selber mit reingeholt. Ich rede übrigens in diesem Video nicht über mich selber. Ja, okay. Ich habe gesagt, immer betone, dass ich eine starke Community habe. Was halt irgendwie komisch ist, sich selber in sowas einzuordnen. Wie läuft das jetzt ab? Ich quatsche kurz über die YouTuber. Ja, ich muss aber sagen, ich finde die Community von Just Nero halt auch wirklich unfassbar heftig. Weil, wie gesagt, er hat ja Baku gepusht und im Video meinte er einfach nur so, ja, keine Ahnung, geht mal rüber, guck mal ein bisschen. Und dann hat er einfach fast 10.000 Abonnenten geknackt. Das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, muss man einfach zugeben. Digga, was werden wir heute für selbst verschenkt? Das ist ja anders. 10 von 10, das kam unerwartet. Berechtigte Frage, die sich wahrscheinlich keiner gestellt hat. Heute keine Handelübungen. Wenn wir das Daily Sub-Goal erreichen, dann mache ich 30 Bizeps Curls, 30 mal Schulter und 30 mal Rücken. Okay, das ist das, was ich euch anbieten kann, Mann. Arke Community. Ja, kommt halt darauf an. Begründe ich bei dem jeweiligen YouTuber einzeln. Kein Bock hier jetzt ein halbes Buch vorher zu lesen, ne. Kann man sich eigentlich auch denken. Fangen wir an. Platz 5 ist Inscope21. Nico selber kann man lustig finden. Man kann es aber auch lassen. Sorry. Ich selber muss sagen. Dann sind wir nicht genug als Community. Community. Ich mag ihn. Hat seinen ganz eigenen Humor und schmunzeln muss ich dann doch das ein oder andere Mal schonen. Ist ein sympathischer kleiner Fratz. Was er genau für Videos macht, das ist die hätteste Frage heute. Boah, ist echt krass, ne. Wie viele Klicks der einfach macht, wenn du mal so guckst, Alter. Vor einem Monat. Also er knackt halt voll oft die Millionen Klicks. Das ist schon ziemlich heftig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt, irgendwie diese Art des Contents interessiert mich halt nicht wirklich so. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also ich habe jetzt nichts gegen ihn oder so. Ich folge ihm auch auf Instagram. Ich glaube, er hat mir mal gefolgt. Aber, ähm. Ich glaube, ich glaube jetzt, der hat mir dann irgendwann wieder entfolgt. Wir haben auch mal ganz kurz drei Nachrichten geschrieben. Wir sind quasi Best Friends. So, aber ich habe mich halt auch noch nie so wirklich krass mit dem Content befasst. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es halt so ähnlich ist. Er folgt mir nicht mehr, traurig. Ähm. Es ist halt so etwas Ähnliches wie unsympathisch TV. Und das finde ich zwar jetzt nicht schlecht. Aber das ist halt auch nichts, was ich mir jetzt einfach angucken würde. So, ich weiß nicht. Dafür bin ich halt nicht so auf YouTube unterwegs. Ähm. Aber ich habe auch nichts gegen ihn. So, ne. Irgendwas mit... Keine Ahnung. Er macht halt Inscope-Videos. Warum denke ich denn überhaupt, dass Nico eine starke Community hat? Nö, du warst in meinem Stream. Cool. Alles klar, war ich Bescheid. Das alleine ist ja schon mal insane. Aber nur Abonnenten... Stay wurde gestern in Stream gefragt, ob er mit dir reden möchte. Seine Antwort war nein, mit der Begründung, dass er dich nicht für kompetent hält. Und dass es nicht erwähnenswert wäre. Ja, Digga. Die werden die Leute Angst haben. Ja, was willst du dazu sagen? Keine Ahnung. Das ist halt dieses typische so, der mag mich halt nicht so. Und ich schätze schon, dass ich halt auch viele Punkte gegen Stay hätte, wo man ihn auf jeden Fall so ein bisschen in die Mangel nehmen könnte. Gerade wenn man auch mal so ein bisschen nachguckt bei einigen Aussagen, die er halt so bringt. Und dann traut er sich natürlich halt nicht, ne. Aber ist mir auch ziemlich egal so. Wir sagen halt gar nichts aus. Beispiel? Unser Commander hat fast 750.000 Abonnenten und macht so zwischen 3.000 und 10.000 Aufrufen pro Video. Kein Front an der Stelle, ne? Aber das ist halt so ein Paradebeispiel dafür. Irgendwo ist so ein gewisses Ansammeln von Abo-Leichen, wenn man 10 Jahre YouTube macht, ja fast normal. Aber Inscope ist jetzt auch seit über 10 Jahren dabei. Es ist schon mal heftig, nach so langer Zeit immer noch so relevant zu sein. Mit seinen 2,5 Millionen Abonnenten bekommt er im Schnitt so um die 1 Million Aufrufe. Manchmal ein bisschen drunter, manchmal aber auch deutlich drüber. Der ein oder andere denkt jetzt, ja, okay, sind halt 40% seiner Abonnenten als Klicks. Das ist doch gar nicht so heftig. Denkt sich wahrscheinlich keiner, weil niemand das ausgerechnet hat. Aber doch, es ist heftig. Umso mehr Abonnenten du hast, umso mehr sind inaktiv. Gerade wenn du so lange dabei bist. Bibi hat mit ihren 6 Millionen Abonnenten auch im Schnitt 1 bis 1,2 Millionen Aufrufen. Außer sie zeigt ihr ein paar Last. Das sind 20%. Ja, wobei man da natürlich aber auch sagen muss, bei Bibi hat er jetzt aber auch ein komisches Beispiel genommen. So weit das Ding ist halt, sie ist halt so die größte deutsche Influencerin und die ist ja auch viel in den Medien und so weiter gewesen. Und ich glaube, viele Leute abonnieren die halt auch einfach deswegen, weil sie halt einfach so groß ist. Und die ist ja auch super werbefreundlich und so weiter. Das heißt, keine Ahnung, wenn so ein Video jetzt mal so ein bisschen durch die Decke geht oder so, dann abonnieren halt auch direkt 10.000 Leute, weil das auch überall vorgeschlagen wird und so. Und ich weiß nicht, spannender würde ich jetzt finden, wenn ihr einfach mal so 10, 15 reicht ja schon, weil sie 10, 15 andere YouTuber nimmt in der Größe ungefähr. Und einfach mal da ausrechnet, wie viele Klicks die so im Durchschnitt haben. Zum Beispiel, ich weiß aus dem Kopf, dass Kelly Mrs. Vlog halt eine ähnliche Abonnentenanzahl hat und die hat glaube ich pro Video so 2.000 bis 400.000 Aufrufe, also nicht mal die Hälfte von Inscope so. Und das ist die Hälfte von ihm. Dagegen kommt zum Beispiel auf eine Klick-Sub-Ratio von 7,5%. Gut, auf dem Boden sitzen, das bindet die Leute halt nicht so gut. Aber merkt ihr, worauf ich hinaus will? Der Krieger hat übrigens 0,93%. Nice, Alter. Aua, aua, aua. Mal so am Rande, Inscope betreibt etwas auf seinem Kanal, was man schon fast Anti-Klickbait nennen könnte. Was sind diese Titel? Ich meine, du hast einen Schlag auf die TikTok. Ja, die Titel klicke ich halt auch nicht. Und du schreibst es halt absichtlich falsch. Die guten Klicks, die Nico fährt, sind aber auch nicht das Einzige an ihm. Ich bin so auf das letzte Video von ihm gegangen. TikTok-Umfrage. 680.000 Aufrufe und 110.000 Likes. Das ist echt heftig, man. Jeder Sechste. Das ist komplett krank. 16% Like-Rate. Das ist ungefähr jeder Sechste. Und so eine Like-Rate findet man im deutschen YouTube-Raum so gut wie gar nicht. Weil es gerade passt, ziehen wir Bibi's letztes Video ran. Das hat ungefähr gleich viele Aufrufe und 56.000 Likes. Das sind 8%. Und nicht falsch verstehen, 8-10% sind auch gut. Kurz gesagt, wie dieser Funk-Kanal. Ja, also man sagt halt so, damit du halt gut bist bei den Likes, solltest du halt so um die 10% Likes haben. Auf jeden Fall auf die Klicks gerechnet so. Das Problem ist aber, das kann man auch nicht immer so anwenden, sage ich mal. Aber wie gesagt, bei einer Bibi ist halt so das Ding, bei 6 Millionen Abos, das sind ja nicht alles so die Hardcore-Fans oder sowas. Es sind ja wahrscheinlich auch viele kleinere Kinder dabei, die halt das sowieso nicht juckt. Also das muss man halt immer so von YouTuber zu YouTuber halt sehen. Also bei mir momentan ist das halt wirklich mega gut, weil bei mir ist irgendwie auch gerade jeder Achte oder sowas, der meine Videos liked. Und das ist auf jeden Fall ein Wert, der sich auf jeden Fall halt sehen lassen kann, ne? Warte mal, bin ich ja genauso wie bei Inscope, ne? Na gut, kommt immer das Video an, ne? Aber mindestens halt jeder, nee, warte, der hat ja jeder, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ja, so jeder, jeder Zehnte auf jeden Fall, so jeder Neunte manchmal, je nach Video. Und das ist halt schon ziemlich gut. Inscope ist, was Aufrufe und Interaktion angeht, einfach doppelt so stark wie eine Bibi. Ich denke, der Punkt, wieso ich denke, dass Inscopes Community insane ist, ist halt angekommen. Gönne ich dem sympathischen jungen Fratz aber auch. Wo wir gerade bei sympathisch sind. Platz 4, unsympathisch TV. Auch der zweite Kandidat auf dieser Liste macht Videos, die speziell sind. Ja gut, aber spannend hätte ich es halt gefunden, wenn er das Ganze halt nicht nur auf YouTube gezogen hätte, sondern generell in die sozialen Medien, sag ich mal. Weil zum Beispiel Inscope, okay, auf YouTube, mega krasser Typ, aber wie ist es denn zum Beispiel auf, auf Dings hier, wie heißt es denn, auf, ähm, auf den sozialen Plattformen wie Instagram? Kann ich euch sagen, der hat 1,9 Millionen Likes und hat so pro Bild, ja, so 160 bis manchmal auch über 200.000. Also das ist halt auch schon ein ziemlich guter Wert. Aber sowas kann man ja immer schon mal mit reinnehmen. Da sieht man ja auch, jo, der Typ wird halt auch außerhalb von YouTube gefeiert, ne? Weil man darf ja zum Beispiel auch einfach nicht vergessen, es ist ja halt so, manche YouTuber werden halt einfach richtig gut vorgeschlagen zum Beispiel und kriegen dann so ihre Klicks und manche haben halt einfach eine richtig große Stammzuschauerschaft. Und Inscope gehört halt wahrscheinlich irgendwo in beide Reihen, aber auf jeden Fall auch in das zweite, dass er halt eine krasse Stammzuschauerschaft hat, die ihn auch auf anderen Plattformen, ähm, feiert. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch ihn und wissen halt, dass er einfach unglaublich unterhaltsam und lustig ist. Auch er braucht keinen Clickbait, um Click zu fahren. Außer man nen Titel wie 5% sind 5%, 12 Uhr Sportplatz ohne Treten oder Thomas Clickbait. Ne, ich glaube eher weniger. Mit seinen 2,4 Millionen Abonnenten, die er echt ziemlich schnell bekommen hat und im Schnitt 1,5 Millionen aufrufen, ist er nochmal deutlich stärker als Inscope. Fast 62,5% Click pro Subrate. Ich glaube in der Größe ist er Platz 1 in Deutschland. Und nicht nur was die Klicks angeht. Auf einem Video mit 1,2 Millionen aufrufen, kann er 203.000 Likes. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist halt echt krass, wenn man mal hier guckt. Ich meine, hier ist eigentlich dein Video schon gemacht. Hier durchschnittliche Views nach 5 Tagen, also erstmal Google. Ja, dann, ja gut, diese ganzen Musiker halt erstmal, die du dir eigentlich wegmachen kannst. Ne, und unsympathisch ist halt einfach hier auf YouTube Deutschland, wenn man jetzt einfach mal so was wie Google halt wegnimmt, ist der halt ganz klar Platz 1 so von den normalen YouTuber, ne. Das ist halt mega heftig. Auch krass ist halt, dass Montana Black einfach direkt mit, äh, mit zwei Accounts hier drin ist. Wobei der hier, also die Crew einmal und richtiger Kevin, ähm, auch mega krass. Ja, das ist schon, ist schon not bad, ne. Wie gesagt, der ist halt vor Bibi einfach so. Das ist schon, äh, not bad auf jeden Fall. Und sogar noch vor Varion, ne. Ah, und ich hatte recht. Sowohl was Aufrufe als auch Likes angeht, ist der im deutschen Raum Platz 1. Aber trotzdem nur auf 4 in dem Video. Ganz fuchsige Füchse fragen sich jetzt, hä, wie kann das denn sein? Antwort, Klappe halten und weitergucken. So sieht's aus. Platz 3. Montana Black. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Monte und Elotrix so das Call of Duty Chaos Duo waren? Aber Elotrix immer irgendwie mehr im Fokus stand? Nee, ihr auch nicht. Mein Erinnerungsvermögen reicht halt nur von der Wand bis zur Tapete. Aber ich glaube, dass es damals irgendwie so war. Ist halt insane lang her. Da hab ich nie geguckt. Wenn ich irgendwie falsch liege. Auf das Treppchen mit hin. Da müssen wir mal den Stream herumschicken, dass wir hier ein paar tausend Zuschauer haben. Dass seine Community zu den stärksten in Deutschland gehört, sollte ja eh jeder wissen. Guck mal, ich hab heute schon fast kein Sonnen dran. Na, so ein bisschen, aber... Außen vor. Es geht hier ja nur um YouTube. Und auf YouTube gibt's nicht nur einen Kanal mit Monte-Content. Die Crew, die Crew-Plays, richtiger Kevin, Montana Black, Spontana Black, ich verliere den Überblick Black. Als erstes sein Hauptkanal. Montana Black. Nicht nur ist sein Hauptkanal der inaktivste vom eigentlich so aktiven YouTuber und Streamer, sondern ist er auch, wenn denn dann mal ein Video hochgeladen wird, der Klicks stärkste. Ja, aber gut, man muss aber auch dazu natürlich sagen, also er hat natürlich halt recht, komplett, aber was man da halt sagen muss, das muss man auch leider ein bisschen dämpfen. Erstmal natürlich, die Videos kommen in einem extrem großen Abstand so. Wenn du jetzt ein Video hast und du, also wenn du einmal pro Woche zum Beispiel ein Video hochlädst, dann ist klar, dass innerhalb, wenn du, dann haben die ja quasi nur eine Woche Zeit, also es ist nur eine Woche das Neueste so, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel alle drei Tage ein Video hochlädst, dann ist das nur drei Tage das Neueste. Die Videos rutschen also viel schneller weiter nach unten und viel weniger Leute sehen das halt überhaupt. Genau, ja, du kannst mir gerne den Link mal schicken zu diesem Unge-Stremen, da können wir auch nochmal drauf reacten. Es ist natürlich trotzdem heftig so, ist klar, dass du jetzt, nur weil du halt drei Monate nicht so hochlädst, kriegst du keine 700.000 Klicks dazu, aber das erstmal. Und das nächste ist, wenn er ein Video hochlädt, dann ist das unfassbar krass. So zum Beispiel bei mir, muss ich ja auch sagen, ich habe auch mancher Videos, wo ich mir selber so denke, oh, das Video ist krass, zum Beispiel das Loredana-Video hat mir sehr gefallen. So, aber da kommen natürlich auch Videos, wo ich selber weiß, okay, das wird halt nicht krass abgehen, wie zum Beispiel das, was ich heute hochgeladen habe, über die Einnahmen so, ne, das interessiert halt nicht jeden, das ist ja ganz klar. Und wenn du mal halt bei Monte so schaust, was der für Videos hochlädt, also das sind nur krasse Videos eigentlich. Das sind alles Videos, wo man halt weiß, Digga, heftig, so quasi, weißt du. Zum Beispiel zwei Monate nach der Hausdurchsuchung, wo der nochmal über seine Anzeige da mit der Steuerhinterziehung, glaube ich, geredet hat. Dann, gut, sein Buch hat jetzt nicht so viele Leute interessiert. Dann, dass er sich einfach ein Lambo gekauft hat. Dann, dass er sich Wohnungen gekauft hat. Dann diese Interviews, so diese 50 Fragen, auch mega heftig. Ja, dann irgendeine Beleidigungssache, gut. Ne, dann die Gerichtsverhandlungen. Ein Buch in die Wohnung ist ja auch ein heftiges Thema einfach. Ne, dann, dass er sich ein Haus gekauft hat und dann das Haus. So, das sind eigentlich zu 90 Prozent Videos, die halt gerade, wenn du ein bisschen im Hype bist, halt, das sind Themen, Digga, die gehen einfach mega ab. Aber, also, es ist heftig so. Wenn ich ein Video über mein Haus hochladen würde, dann würde das wahrscheinlich 50.000 Klicks kriegen. Aber, ähm, ja. Ich finde es schade, dass er so wenig auf Montana Black hochlädt. Also, ich habe mir auch früher die ganzen, äh, vom Junkie zum YouTuber Videos angeguckt. Fand ich wirklich sehr, sehr nice. Aber, klar, es würde sich für ihn wahrscheinlich auch nicht mal lohnen, da jetzt großartig Videos hochzuladen, ne? Ja. Mit seinen 2,6 Millionen Abonnenten fährt er im Schnitt im letzten Jahr 2,6 Millionen Aufrufe. Das ist nicht nur eine 100-Prozent-Rate, sondern auch zu 100 Prozent gestört. In der Größe ist er der Einzige, der das schafft. Ich glaube, am ehesten kommt da noch gerade so Varion ran. Was für zum Beispiel macht er ganz gerne mal so 130 Prozent seiner Abonnenten als Video. Aber, der ist gerade auch komplett in Algorithmus und noch deutlich kleiner. Da geht das auch mal. Ne? Monte mit seiner Inaktivität wohl eher weniger. Ja. Ja, das ist auch eine Sache, die man halt immer nicht, nicht vergessen darf. Ähm, je kleiner du halt bist, desto leichter ist es natürlich halt, solche Zahlen zu erreichen, Also, deswegen ist es halt auch noch anders heftig, dass wenn du über 2 Millionen Abonnenten hast, halt auch 2 Millionen Klicks pro Video hast. Weil das heißt ja quasi, dass du halt keine toten Abonnenten hast, sondern die Leute, die dich abonniert haben, alle in den ganzen Jahren interessieren sich halt immer noch für dich. Und das ist halt eine Sache, die du natürlich auch erstmal hinkriegen musst, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also, das ist wirklich schon anders heftig. Und, ähm, ja, ich bin, äh, derjenige, der jetzt nicht weiß, was er noch sagen muss, aber sich nochmal gut rausgerechnet hat. Ich schätze mal, die Klicks kommen einfach nur, weil es halt Monte ist. Den Channel benutzt er halt für so krassere Themen, die nicht im Stream stattfinden. Ja gut, was heißt nur, weil er Monte ist? Also, die Themen sind schon krass, ne? Beispiel zeigt er dann aus, es bekommt dann 3,7 Millionen Aufrufe und fast 64.000 Kommentare. So, Häuser zeigen kommt auf YouTube echt ziemlich gut an. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja gut, so eine Roomtour mit nur einem Room könnte dann doch etwas kürzer werden, befürchte ich. Und 90% der Möbel nicht tun eh, Shiro. Zurück zum Thema. Auf richtiger Kevin. Ja gut, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das ist halt, ähm, ich finde schon, dass er da einfach krasse Dinge raushaut. Und natürlich guckt man sich halt gerne an, welche Häuser und Wohnungen, also, weil er, also, wenn dir was Krasses so gekauft ist, natürlich guckt man sich das dann halt an. So, weil, klar, das sind halt, wir sind nur YouTuber so. Und es ist eigentlich so krass, dass halt nur YouTube oder natürlich ja dieses ganze YouTube-Business halt ausreicht, so dass Monte sich zum Beispiel ein Haus für über eine Million holt. So, oder auch Bibi und Julienko. Ich glaube, das Haus, was die sich geholt haben, das haben irgendwelche Leute geschätzt. Also, habe ich gehört zumindest, dass das halt, also, irgendwer hat das bestimmt geschätzt, aber ich habe gehört, dass das so 6 Millionen Euro gekostet haben soll. Und, äh, überleg mal, du holst dir ein Haus über 6 Millionen Euro, weil du irgendwann mal gesagt hast, jo, ich mache jetzt ein paar YouTube-Videos. Well, das escalated quickly so, ne? Und natürlich will man sich das dann halt angucken. Und das Haus von Monte ist ja auch unfassbar geil, ne? Also, es ist jetzt nicht so mein Traumhaus, muss ich sagen, aber es ist natürlich schon, äh, schon heftig. 1,3 Millionen Abonnenten, im Schnitt 800.000 bis 1,2 Millionen Views. Absolut insane. Die Crew, 1,3 Millionen Abonnenten, ungefähr dieselben Klicks. Ungefähr gleich insane. Ich benutze insane. Hätte Monte gespart, hätte es locker schon ein 3 Millionen Haus bar kaufen können. Ja, wahrscheinlich schon, aber guck mal, du musst ja auch mal, du musst ja auch leben so. Na, also, weiß nicht, wenn du halt so viel Geld hast, so, dann willst du dir auch einfach mal was gönnen. Ich meine, gerade Monte zum Beispiel, ich habe ja sein Buch, äh, nicht gelesen, aber ich habe das, ey, Digga, macht ruhig weiter, was ist denn heute los mit euch, Alter? Ehre, ey. Ähm, was man halt da auch wieder nicht vergessen darf, ist halt die Tatsache so, dass, ähm, äh, hier, was wollte ich gerade sagen, dass Monte ja auch, ich habe ja das, das Hörbuch gehört davon, äh, Monte hatte ja früher gar nichts, so, was Geld und so weiter angeht, ne? Und, äh, das ist schon wirklich, äh, dann natürlich für einen auch sehr, sehr krass, wenn du halt plötzlich so, solche Zahlen verdienst, ne? Also, ich sage mal, Monte verdient ja in einer ganz anderen Sphäre als ich so, aber zum Beispiel bei mir ist es auch schon mega krass, also, wenn ich halt einfach mal so gucke, was ich so verdiene, und ich bin ja, was YouTube angeht, halt noch ein echt Geringverdiener, muss man ja wirklich sagen. Ähm, so, keine Ahnung, Digga, wenn ich mir so über die Zahlen Gedanken mache, ich meine, ihr habt es ja auch im Einnahmenvideo gesehen, ne? Das ist halt, äh, das ist halt krank, ne? Und natürlich möchte man sich dann halt auch mal was gönnen und natürlich holt sich dann auch ein Monte, der wahrscheinlich 200.000 oder mehr im Monat verdient vor Steuern, ähm, dann kauft er sich halt mal irgendwelche unnötigen Sachen für mega viel Geld. Aber warum nicht so? Ich meine, ich finde das halt, äh, komplett in Ordnung, ne? Ja, guck mal, natürlich sollte man erst mal sparen und vielleicht investieren, ne? Sodass man halt auch schnell sicher ist, zum Beispiel, ne? Wenn, wenn YouTube jetzt zum Beispiel nicht mehr läuft, aber ganz ehrlich, Monte ist abgesichert, Digga. Also, wenn er jetzt nicht gerade, ich glaube, selbst wenn er von Twitch gebannt werden würde, dann würde der einfach bei YouTube weiter streamen und würde auch da, da würde er vielleicht sogar noch mehr Zuschauer haben, weil die Kanäle einfach eine unfassbar krasse Reichweite haben und die auch komplett im Algorithmus drin sind. Ähm, und da geht ja, glaube ich, sogar noch mal die CPM hoch, also, ne? Der müsste ja wirklich schon alles verlieren. Dann hat er ja noch seinen Merch-Shop, wo er ja selber sagt, dass er sich da noch nie Geld rausgenommen hat. Also, man kann es natürlich nur schätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass ihm da locker noch so 800.000 oder sowas gehören, die er da bestimmt rausnehmen könnte. Weiß ich nicht, ist einfach nur ein random geschätzter Wert, weil der halt, weil schon einige Leute sich da ja auch Sachen kaufen, so. Und, ähm, äh, genau, ja, und der hat ja bestimmt auch noch, der hat ja Häuser schon, also, der hat ja, der wohnt ja, der hat ja, glaube ich, drei Eigentumswohnungen oder sowas schon, ne? Die er ja auch vermieten kann, also, klar, er ist jetzt in der, also, er ist jetzt nicht so finanziell unabhängig, dass er sich jetzt für immer ein Highlight machen könnte, aber normalerweise ist das ja auch nicht morgen vorbei, so. Und ich denke schon, dass er da relativ safe ist, wie er gerade fährt. In dem Video. Spontaner Black fährt auch gerne mal eine Million Klicks. Würdest du für eine Million zu Facebook Gaming gehen? Ich wäre sofort da, Alter. Journaliste. Weil ich mal eine Million, wie lange müsste ich auf, äh, auf Dings hier streamen, um eine Million zu kriegen, Alter. Ja. Hat eine wesentlich kleinere Reichweite und deutlich weniger Abonnenten. Wie schon gesagt, es gibt auch noch so ein paar andere Faktoren, die gerade bei den letzten beiden Kandidaten greifen. Platz 2, It's AsiTV. Das Bürschchen kennen mit Sicherheit auch einige von euch. Äh, kannst du aber bei Excel vorbeischauen auf Instagram, glaube ich, da wird Award passieren. Das weiß er aber auch selber. Wir haben ja mal zusammen ein Video gemacht und da so ein wenig drüber geschnackt. Ist aber auch lax, ne? Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich kann nur sagen, er ist ein lustiger Vogel und ich mag ihn. Er macht Unterhaltungsvideos mit Fortnite-Gameplay und das hört sich ja erstmal so semi-geil an, aber man muss ihm lassen, dass seine Videos sich qualitätstechnisch von 99,9% der anderen Fortnite-Youtuber deutlich abhebt. Also wenn man einen Fortnite-Youtuber hört, denkt man ja auf Dings erst mal. Das hat mir jetzt der Bankschirm von B3Z. Oh Gott. Geil. Aber er macht das, was er macht, gut und hat seinen ganz eigenen Humor dabei. YouTube-Ding nicht nur schluckt. Ja, natürlich würde ich, natürlich ist Facebook-Gaming halt der größte Müll, gar keine Frage. Und ja, wenn ich da 100 Zuschauer habe, wäre ich wahrscheinlich schon ziemlich glücklich. Das ist halt auch absolut richtig. Aber überlegt mal, ich bin halt ein super kleiner Streamer. Also ich meine, so im Durchschnitt habe ich jetzt vielleicht so 650 Zuschauer oder so. Und keine Ahnung, ja ich meine, ihr könnt es euch ja ausrechnen. Ich habe gerade 900 Abonnentenpunkte. 900 mal 250 sind, ja sagen wir mal so um die 2000, sagen wir mal Bits so 2,5 oder sowas ungefähr, die dabei rumkommen. Das kann man hier ja auch alles nachgucken. Und da müsste ich halt, ihr könnt ja selber ausrechnen, wie lange ich streamen müsste, bis ich halt diese Millionen drin habe. Ne, plus auf Facebook würde ich ja vielleicht, wenn ich Glück habe, auch mal eine 3-Euro-Donation kriegen oder so. Deswegen, natürlich ist es halt absoluter Dreck, aber ich würde da halt sofort hingehen, Digga. Ich wäre der Erste, der da wäre für eine Million. So, ne? Boah. Ich denke, du bist, denke ich, im Standardsegment bei Twitch. Ja, aber wir wollen ja auch von Mount Everest, weißt du? Und vielleicht ist Twitch einfach, vielleicht ist Facebook der Mount Everest, man weiß es nicht. Naja, klar, also 26 Zuschauer sind natürlich heftig, so alles gut, das sollte auch gar nicht so rüberkommen. Aber es gibt ja trotzdem halt noch viele Streamer, die halt über 1000 haben oder über 10.000. Na gut, 10.000 nicht mehr so viele, ne? Aber ich finde jetzt so im Vergleich zu dem, was andere Streamer haben, bin ich doch relativ klein. Aber auch zufrieden, wenn die Daily Subguards erreicht werden. Es hat krass bei ihm. Mit 750.000 Abonnenten macht er im Schnitt so grob 600.000 Aufrufe, mal 400, mal eine Million. Schwankt bei ihm. Warte, was ist das? Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Eigenen Humor dabei. YouTube-technisch läuft es halt krass bei ihm. Mit 750.000 Abonnenten macht er im Schnitt so grob 600.000 Aufrufe, mal 400, mal eine Million. Schwankt bei ihm. Im Schnitt sind es aber knapp 80% Klick per Subrate und Likes liegen auch ca. bei 12%. Auch wenn das heftig ist, ist das nicht mehr der Grund, wieso er so eine Form in der Liste ist. Die Community von ihm, ey alter ne, egal wo du bist, die ist überall. YouTube hat ihn ja mal so ein paar Kieselsteinchen in den Weg geschmissen. Ganz kurz gesagt, sein Kanal wurde gelöscht, ist jetzt aber wieder da. In der Zeit dachte er sich, jo, ich mache jetzt halt auf Instagram Videos. Das Video, das er dann auf Instagram gemacht hat, hat er auch einfach mal 200.000 Aufrufe bekommen. Mal ganz nebenbei hat er übrigens Z-Max in dem Video zerrissen. Und zwar richtig. Es ging ja damals drum, dass Z-Max seine zweite Chance bekommen sollte. Und er hat mal so kurz gezeigt, warum das nicht seine zweite, sondern eher seine vierte Chance wäre. Hat zum Beispiel kurz rausgehauen, dass er damals Turniere mit Preisgeldern gefakt hat und die Kohle einfach behalten hat. Genauso wie bei den Spenden für weitere Turniere. Ganz, ganz schwierig an der Stelle. Noch ein anderer Punkt, warum seine Community stark ist. Geht unter irgendein random Video. Irgendeins von einem deutschen mittelgroßen bis großen YouTuber. Durchsucht die Kommentare. Ihr findet kein einziges Video, in dem ihr nicht mindestens einmal sein Profilbild oder den Azzi-Army-Hashtag findet. Stimmt, ne? Das gibt's nicht. Ja, sehe ich bei mir auch immer mal wieder. Der ist überall. Und ich glaube, was finanziellen Support bei ihm angeht, mit dem Creator-Code verdient er sich wahrscheinlich wirklich dumm und dämlich. Ich wollte, was das angeht, jetzt auch keinen Unsinn erzählen. Und deswegen habe ich ihn nochmal gefragt und jo, es läuft bei ihm. Weiter geht's. Ja, ich habe mal gefragt, läuft bei ihm? Er meinte, jo, läuft bei ihm. Super. Mit Nummer 1, Trommelwirbel Da Vinci mit einer Like-Rate von einem Proze-Klick-Rate 4,9. Okay, stimmt. Nice, ey. Platz 1, ABK. Ich glaube, diesen Namen zu erwähnen, reicht schon, um mehr Gelb zu sehen als bei Simpsons-Episode. Natürlich geht es hier nicht um den YouTuber, sondern um ein Abwasser-Beseitigungskonzept. Wahlweise auch um die Akademie der Bildenden Künste. Sucht euch auf, hauptsache das Video hier bleibt grün. In ABKs Video würde ich eher als Unterhaltung werten, mal reist er halt irgendwo hin, mal nimmt er ganz salopp gesagt irgendwelche anderen YouTuber-Hobbs. Fokus liegt bei ihm auf Entertainment. Ich persönlich muss sagen, dass ich seine Videos echt feier und das ein oder andere Mal dann doch mehr lachen muss, als ich eigentlich sollte. Er mimt ganz bewusst den absoluten Kern-Assi und es gelingt ihm. Auch wenn er in den Videos beabsichtigt, manchmal nicht so rüberkommt, hat der Kerl echt richtig was im Kopf und das merkt man gerade, wenn er mal so ein, zwei Real-Talk-Minuten hat. Außerdem hat er zwei Katzen, laut YouTube-Wiki und das macht ihn halt automatisch sympathischer. Missverständlich. Muss ich überhaupt erklären, warum ABK sitzt hier nicht nur jahrelang? Also ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich halt ABK gar nicht mal mehr so schlimm finde wie früher irgendwie. Ich weiß, ich finde auch, dass er sich gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wieso genau. Also ich könnte das jetzt gar nicht mal so erklären, um ehrlich zu sein. Aber ich finde halt seine Videos halt heutzutage wirklich deutlich besser als die von früher so. Ich meine, wir reacten ja im Stream halt auch sehr viel auf die letzten Videos, die er so rausgebracht hat. Und da muss ich halt auch sagen, ey, bringt mich halt zum Lachen so. Wir haben ja vorhin zum Beispiel auch das Video geguckt über Stay, was er rausgebracht hat so. Und ich fand halt schon, das war ja quasi wie so ein Meinungsblock-Video. Und die Argumente waren halt erstmal sehr gut. Die Jokes, die er eingebaut hat, fand ich persönlich halt sehr gut. Und er kommt auch in den Videos halt deutlich sympathischer rüber als früher so. Und ja, deswegen. Also das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr, sehr positive Entwicklung tatsächlich. Und ja, wir haben jetzt auf die letzten vier, fünf Videos halt reagiert gehabt von ihm. Und ich fand mich halt von jedem unterhalten, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Unity auf ganz YouTube Deutschland hat. Videotechnisch läuft das wie bei ihr. Warum haten wir halt alle Da Vinci, habe ich es gar nicht mitbekommen. Naja, was heißt, also haten ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Das muss man auch sagen. Ja, der wird halt gerade einfach so ein bisschen, der ist halt einfach ein Neem geworden. So in der Meinungsblocker-Szene. Da einfach von seinem Verhalten und so weiter. Andern hier in der Liste, krass, ne? Mit einer Million Abonnenten, 500.000 Aufrufe im Schnitt, also knapp 50 Prozent, ist solid wie eine Schlange. Kann man halt nichts gegen sagen. Die Klicks fährt er aber auch ebenfalls ohne Clickbait. Auch wenn ich mir bei den letzten Videotiteln dachte, alter Junge, halbes Buch, wer soll das lesen? Ja, Mann, Alter. Was Likes angeht, schwankt es bei ihm zwischen soliden 10 Prozent, manchmal sogar bis hin zu 17. Auch wenn das heftig ist, ist das nicht mal der ausschlaggebende Punkt, warum er auf 1 ist. Mal ganz neutral und ohne Wertung gesagt, wenn du mit ABKB fasst. Ey, die Kommentare, die brennen auch noch Jahre später. Ist für YouTuber, die sich mit ihm angelegt haben, natürlich eher unangenehm, möchte ich mal annehmen. Das eine oder andere Mal werden seine Leute dann gelinde gesagt, etwas derber. Und was ich dazu denke, könnt ihr euch ja auch denken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Danny the Greek erinnert. Ja, also ich muss auch sagen, also keine Ahnung, mich persönlich interessieren ja diese ganzen Kommentare tatsächlich nicht. So, weil, ich weiß nicht, ich mach mir halt einfach nichts draus. Ich weiß nicht, das ist so, diese ganzen Beleidigungen, alles was im Internet passiert, ist für mich einfach wie so eine eigene Welt, sag ich mal. Und das interessiert mich halt nicht weiter so. Es ist okay quasi, dass das so passiert. Aber ich gucke ja gerade mal, ich kann hier in den Kommentaren nämlich vorbeischauen. und kann hier zum Beispiel bei wahrscheinlich Spam gucken. Und ich wette, dass hier sehr viele ABK-Sachen drin sind. Wir können ja generell mal gucken, was hier drin ist. So, ähm, okay, warum kommentiert er das? Kommentar, 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 aha, aha, aha. Ah, hier, das, mit dem Kramer einfach weg, ey. Ähm, hm, ich weiß noch nicht, ist das wahrscheinlich Spam oder Überprüfung? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Äh, eigentlich waren da immer, ich glaube, hier habe ich letztens geguckt, da waren, glaube ich, relativ viele auch über ABK noch drin. Lösch dich, hm. Ah, das sind alle, oder was? Ja, das waren 5100 Kommentare, ach nee. Ja gut, jetzt, weißt du, dass du dieser V4-Effekt jetzt gerade, wo man halt gucken möchte, äh, klappt das halt wieder nicht. Ah ja, hier, guck, da ist einer. Fick dich, ABK-Army. So, wo ich, wo ich mir bei sowas zum Beispiel auch denke, Digga, das Video hat doch rein gar nichts mit ABK zu tun. So, da geht's doch um Loredana. Was, was möchtest du mir jetzt mit diesem Kommentar sagen? So, keine Ahnung, ich glaube, wenn man weiter, äh, durchgeht, dann wird man auch noch, äh, viel mehr finden. Du dummes Arschloch, lösch bitte deinen Kanal. Aber immerhin hat er bitte gesagt. So, ähm. Ditt, 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 ditt. Ähm. Ah, warte, was war das, was war das? Ach so, das sind alles nur hier Kommentare da. Parallel dazu, Wichs, hier, ach so. Nee, okay, ich dachte hier, du nimmst gar nichts, hoppst du Hund. Tja, da wurde ich wohl, äh, zerstört. Ähm. Ja gut, ich glaube, wenn man weiterguckt, dann würde man halt locker noch welche finden, die da halt kommentiert haben. Tja, kann man nicht so sagen, ne? Er hatte ja mal Beef mit allgemein berufsqualifizierenden Kompetenzen und selbst heute, mehr als drei Jahre später, gibt es in den Kommentaren immer noch Feuer. Aua, 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 aua. Leider werden ihm momentan auf YouTube auch so ein paar kleine Steinchen in den Weg geschmissen. So, ich will mal nur ganz kurz gucken, ob es Danny the Greek überhaupt noch gibt, weil ich hab, ich hab mit dem ja ganz früher mal so minimal was zu tun gehabt, aber dann ja auch gar nicht mehr. Gut, die letzten, die Weide über Da Vinci, gut, das würde, ne, der macht da gar nichts mehr, hä, wo, also wo soll da denn noch irgendwas brennen, so, hä? Michael strikert Rian. Ganz, ganz schwierig, der Typ. Ich denke, ihr habt die Story mitbekommen, deswegen brauche ich wohl kein Fass aufmachen. Kommt ein Cooler mit Ebikern schon broke, ja, mein Digger, morgen. Ich hab im Stream drauf reagiert und das Video, die ist immer noch on. Kurzfassung, da hat sich der gute Michael ordentlich blamiert, ne? Also, ordentlich. Es ist halt so ein ungeschriebenes Gesetz auf YouTube, dass man andere YouTuber nicht so einfach strikt. Es gehört sich halt nicht. Ihr müsst mal überlegen, dass man damit die finanzielle Situation von dem Gegenüber in Gefahr bringt und gerade in der aktuellen Situation war der Strike ja mal sowas von fernab von Gut und Böse. Also, absolut unverständlich. Erst heute, zum Zeitpunkt, an dem ich das Video hier aufnehme, hat er sogar noch einkassiert. Ich weiß nicht, von wem er kam, aber ich finde, egal wie unsachlich man in den Videos ist, man kann doch wenigstens mal minimal Ehre im Leib haben und das ohne Strike klären, falls es halt nicht von YouTube automatisch kommt. Sehe ich genauso gut an. Ich schreibe so ein wenig ab. Macht gerne Vorschläge fürs nächste Video und klickt den ersten Link in der Beschreibung an. Ja, gutes Video. Kann man auf jeden Fall halt nicht zu sagen. Früher hat dich EBK gehasst, heute seid ihr Best Friends. Ja, Digger, so läuft das halt ab, ne? In der YouTube-Business, Alter. Läuft bei ihm sogar ganz gut gerade wieder, ne? Geht nach oben. So, ja, viel mehr kann man zu dem Video auch nicht sagen. Ist auf jeden Fall ganz gut geworden. Und da sehe ich tatsächlich genauso. Ich denke, man kann wahrscheinlich noch viele andere YouTuber raussuchen, die ja auch eine gute Community haben. Aber das Video zum Beispiel fand ich halt wieder richtig nice von Just Nero. Ich fand ja das mit diesem Hate, wo er da vorgelesen hat, das habe ich nicht so gefeiert. Aber das Video zum Beispiel hat mir richtig gut gemundet sogar. Da ist es einem nicht mehr aufgefallen, dass Just Nero hier zwölf Minuten geredet hat.